Ey was geht ey fett ey, hab mir gestern voll dem Koks durchs Nesle reizogen, das war so geil und ich muss euch das jetzt hier auf der Bühne erzählen, weil das war so korrektes Stofflamm, weißt du Dinger so von Kolumbien, so kolumbianische Kokain hab ich mir reizogen durchs Nesle und ich hab auch voll dem krassem Schusswaffe, ich hab voll krassem Wasserpistole, was geht Ey voll fett lang Lamm, how dare you, was laberst du Alte, how dare you du Missgeburt Alte, du sagst du hast dir Koksneizuge korrekte, ich hab mir viel korrektere Koksneizuge als du du Schlampe Alte, was willst du Alte, Lamm Dinger, du sagst du hast ein korrektes Schusswaffe, du hast gesagt Alte, du hast Dinger, so eine Schusswaffe, so ein Dinger, wie heißt das, ja so eine Wasserpistole, ich hab voll eine bessere Schusswaffe Alte, ich hab eine Plastiksaugnapf Pistole Amin